Ahh... Zurück bei Donkey Kong. Warum ist hier so ein kleiner Mach-Dingens? Wahrscheinlich, weil ich ihn in den Schornstein muss. So würde ich mir das jetzt mal erklären. Tatsache? Nein. Ja, gut. Warum kompliziert? Wenn's auch einfach geht, benutzen wir die... Ach du Scheiße! Die Vordertür! Ein Rennen! Goldene Banane, zwei Runden schlägst und zehn Münzen. Alles klar, Z beschleunigen und Dingens. Feuer! Oh weh. Oh weh, die Kurve. Haha, in der Kurve vom Gas runtergegangen. Du Anfänger. Das war aber eine ganze Mitte Tour eben. Oh weh. Oh weh. Oh weh. Oh weh. Geil, der Geek ist weg beim nächsten Mal. Okay, Runde eins haben wir. Auf die Sau kriege ich. Ich hab dich. Jetzt bleibe ich vorne, Junge. Kannst du vergessen, ich hab mein Spaß schon voll auf dem Kribbel. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ja! Leck mich fett am Stengel. Ich hab's noch. 10. Oh, geil! Puh! Wat' ein Glück! Der Meister hat vertraut. Banana. Ja! Und wir Tiny sind ja fertig. Zumindest mit den goldenen Bananen. Ja! Entschuldigung. Ey, jetzt grad auf der anderen Seite. Nice, nice. Oh, noch ein Ballon. Das gefällt mir gut. Hey! Sooo läuft es. Wuhu! 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 Ach so, so. Das war also die gefürchtete Fabrik, ja? Ich mein, was will ich mehr? Mit Tiny hab ich alles. Ich seh mal wieder nix. Toll. Echt, die Kamera ist der Brüller hier an der Ecke. Ah, die Nase juckt. Oh Gott. So, im Prinzip können wir mal wechseln. Komm mal auf den dicken hier. Weil mit Tiny haben wir echt alles. Shit. Oh, die Library. Die Bibliothek. Oh, die Bibliothek ist geöffnet für... Donkey? Da müssen wir aber was recherchieren. Boah, der Aufstieg hier ist brutal, ey. Es gibt kein Ende. Na, komm schon. Oh. Und hier haben wir die 5. Denk hier nochmal. So, zuerst will ich aber mit Donkey. Aha. Huch. Das wär fast in die Hose gegangen. Oh, ganz fiese Nummer. Jeba. Ja. Runter wär vielleicht... Also normal. Ja, ja. So. Oh, die Bibliothek geht auch auf. Beziehungsweise, wie geht denn dieses Türchen hier auf? Schon hier oben mit Lengi oder was? Ich trau' dir wohl gar nicht echt. Ich trau' dir wohl gar nicht echt. Okay, gehen wir erstmal rechts rum. Ja. Zum Glück gibt's hier nix. Oh, man. Oh, oh. Komm jetzt Gegner. Ja, jetzt komm'n Gegner. Und natürlich nur die härtesten von allen. Schon heftig, was hier geboten wird. Muss man sagen. Okay. Das hab' ich mir gedacht, dass jetzt hier die Tür... Oh weh. Mal sehen, was uns jetzt hier alles erwartet. Bin gespannt. Und die Fledermäuse ebenso. Gespannt wie ein Flitzebogen. So. Willkommen im nächsten... ...Trak. Das sagt ja schon alles, ne? Ja. Ich hab' ihr ka-be." Ja. Ja, dunkel, alles geholt. Geil. So will ich das haben. Yeah, dufte Alles klärchen Ach, jetzt weiß ich ja, wo wir rauskommen Haha Yo, hier Ist klar Müssen wir es aber gleich hoch geschafft haben Ja, geht doch So, Lenky darf jetzt natürlich auch nochmal Der gute Junge Gleich mal eine Klatsch riskiert, hä? Ha, geil Besser geht's ja nicht Da hat aber jetzt jeder Schuss gestimmt Da müssen wir noch einen Schall daschen Treffer War wohl nicht der einzige, oder wie? Da ist auch noch einer Kinder, Kinder, Kinder Er lasst einem alten Mann aber auch nicht seine Ruhe Ach ja, an der Stelle möchte ich noch Nicht noch einmal herzlichst Für eure Geburtstagswünsche an mich Verdanken Fand ich echt ein schöner Zug von euch Ein paar gibt's, die achten da drauf Vielen Dank Ah, was haben wir denn da? Ich kann es mir schon denken Ich kann es mir schon denken Ich kann kochen denn auf einem Tag Ich kann es mir schon denken Ich kann es mir schon denken walkf Ich will nicht an deinem Hintern schnüffeln. Boah, ihr blöden Biber, ne? Wie er sich weigert, ne? Komm schon. Oh, der war schön. Das wird schon nix. Nochmal neu. Oh, weh. Boah, was ist nur los? Komm, komm. Jawohl, einer. Zwei. Boah, geh doch an den letzten Rand vom Fass, du Affe. Scheißvieh. Ja, ich krieg zu viel. Rein damit, ja, oder ich beiß dir den Biber-Schwanz ab. Nochmal neu. Heinz. Aber auch nur einer. Zwei. Goal. Hey, ich muss mir fast mal überlegen, ob ich speichern. Ja. Ja, jetzt. Komm, alle auf einmal rein. Das wär's gewesen. Aber nein. Hallo. Du sollst da reinfallen, nicht doof gucken. Ja, was ist denn los? Alter, ihr Fischköpfe. Geh, da wird's rein. Rein, 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 los. Sag mal, ist hier eine unsichtbare Mauer, oder was? Rein da, rein da, rein da. Rein, rein, rein. Komm, 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 du auch. Oh, das sieht gut aus. Hat mal ein Safe gemacht. Komm, 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 komm. Hallo. Rein da. Ich hab keine Lust mehr. Ich meld mich, wenn ich's hab. Bis später, tschö.